Musik Jurismus Keine Ahnung was das für eine Stadt ist Na aber ja Dann müssen wir hier hinter Erstmal auf der Karte zogen Karte Und ja Ach ne Wir müssen wieder in die große Stadt Hm Da gehen wir drauf an ganz schönen Umweg Na ja Was tut man nicht alles Aber ich hab die Vermutung Wir werden da mit diesem Quest da noch viel Spaß haben Also bei den Tuten Und dann später mit den Untoten Legionen Tuten da Sind wir hier richtig Ich vermute hier kommt bestimmt gleich irgendwo ne Gibt's denn hier lang Finde ich auch noch nicht Ja das kommt davon wenn man durch ein Spiel einfach nur durch rennt Ohne wirklich mal nachzugucken wo man eigentlich Was ist hier noch so alles mit dem Spiel gibt Hm Hm ich glaube wir sind hier schon richtig Ich glaube die tun wir mal hier nicht extra besiegen wir rennen da jetzt einfach mal durch Sollte sich noch Zombies damit abwählen sind der Zombie Ähm wir sind nämlich eh falsch Du willst eigentlich nur in die Stadt gehen und mach mich liebeste Umwege Du willst eigentlich nur in die Stadt gehen und mach mich liebeste Umwege Sooo dann ab in die Stadt Und die beachten wir als erst mal hier einfach nicht So stark sind wir auch nicht mehr Ja Level 14 Stufe 14 Stufe 14 Stufe 14 Stufe 13 14 14 14 Hm Mensch dass da die Tränke erst zubereiten muss Da ist jetzt ein Laden nebenan gegangen hätte ja auch welche besorgt Oh wir sind in der Stadt Mal durch den anderen Eingang So ich muss noch mal kurz husten Ein Moment So Verzeihung Ist das jetzt hier drinnen Nö Doch na klar Eine Nachricht für mich Oh Will Mini Wie schön Ob sie mich wieder zu T bei sich einladen möchte Aber nur eine doofe Warnung über einen untoten Legion Wie langweilig Äh Verzeiht Danke für diese äußerst wichtige und nützliche Information Ich werde mich sofort darum kümmern Finde die Stelle von der aus die Untoten in den Kriegshafen eindringen Die Lage scheint wirklich bedrohlich zu sein Und es könnte vielleicht sogar mit den Problemen zusammenhängen die wir hier seit ein paar Tagen haben Im alten Kriegshafen sind kürzlich ein paar Untote gesichtet worden Ein üble Gegend Früher war das eine Art Revogium Für Halsabschneider Revogium Unverbrecher Aber seit man dort Untote gesichtet hat Will da nicht mal mehr der letzte Dieb rein Bitte begebt euch zum alten Kriegshafen Und findet heraus an welcher Stelle die Untoten in das Gebiet eindringen Wenn ihr etwas herausgefunden habt meldet es An General Dene 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 Im Militärlager Es wird mir eine Freude sein Nennt ihn doch einfach mit normalen Namen Zum Beispiel General Günther Oder Lord Martin Und nicht hier Kim Jong Su oder keine Ahnung was Naja So aber wir haben ja gleich mal Wo im Grund Wir haben ja gleich mal einen Händler Da verkaufen wir uns gleich mal unsere Erbeuteten Sachen Und da haben wir nämlich schon wieder einiges Talism Talism Weg 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 ach schon wieder eine magische perle wahrscheinlich tut da hier die truja sind die doch ziemlich oft oben kann alles eigentlich weg fingerreif naja jetzt habe ich mich genau angeguckt geschumpfte monster kopf naja wir sind eigentlich erst mal bedient unten schwachen sorg der hölle haben wir auch noch ein so haben wir den momenten schönen bogen hier nein behalte mal ein flinker leichtholzbogen 50 da ist unser aber im moment noch besser da man mit schanzen auf kreisen und taktik gründe und angriffswert hier in den stab das ist schon das ist auch ein eisstab na gut machen wir uns mal auf zu diesen diebesinseln da hier wo ist denn die überhaupt da unten ach hier haben wir doch bestimmt auch noch missionen die wir noch nicht gemacht haben was ist denn das hier oder warum wir hier schon mal ich erinnere mich nicht mehr ja jetzt müssen wir doch ein quest geben aber das machen wir jetzt nicht so laufen wir denn überhaupt jetzt mal richtig lang ne wo kommen wir denn jetzt raus toll so hier können wir mal baden gehen das karte ist komplett ertrunken aber das macht ja nichts kommen wir denn hier irgendwie lang was ist das jetzt schon wieder sperrgebiet alter hafen und wenn ich da aber herren sehen möchte wir müssen da wahrscheinlich auch rein ich hasse städte ich hasse sie nein tust du nicht du liebst die städte alter hafen sperrgebiet aber wieso kommen wir doch rein oder na klar wir sind doch drinnen an zwei drei zwei 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 drei zwei Untertitelung des ZDF, 2020